Und willkommen zu einer weiteren Folge Minekraft Schgewarz mit Paluten. Schgewarz? Schgewarz. Mhh, Gepa... Haaaaaaah! Huh? Ne Enderperle! Und ich hab, ich kann uns direkt zwei Schwerder machen, Manu. Ja mach, 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 schell, gib mir eins bitte. Schnell, bitte. Ne, ne, du bist nur zwei, ich will die Double wielden. Okay, ich geh... Ne, 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 ne. Da, ne, 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 ne. Ohohohohohohoho. Manu. Wenn du meinst... Jetzt sind ja alle... Oh ne. Komm schon rüber. Haha, ja wie soll ich das denn machen? Ich schaff's das schon. Ich. 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 Okay, ich. Hä, hier ist jetzt die Action. Ja, ich komm doch schon. Manu, ich bin, ich bin sofort da. Alter, genau, ja, komm. Jetzt gehen die aufeinander, hier ist der doof Oh lol, alter Wombo-Kombo Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich helfe dir, ich helfe dir Ich brauch doch keine Hilfe, Mann Doch, ich helfe dir Danke, hätte ich auch so geschafft, ich hätte mich hielten können, easy Äh, achso, danke Das ist ja nett von dir Ich hatte Angst um dich Oh Gott, oh Gott, töt ihn Oh Gott, das tut so will Ich esse mein was, töt ihn mal bitte Oh Gott, der hat sich geheilt Oh Gott, alter, ich konnte mich noch ein bisschen hielen Oh, warum haben die denn alle hier Sachen Was ist denn, da ist noch einer Oh Gott, warte, komm her, komm in mich Komm in mich, wenn du leben willst Hier, nimm Angriff Manu, jetzt mach doch nicht Der schlägt dich doch da gleich runter Ist mir egal, ja okay, wenn er geht, dann Warte, warte, ich hab was für uns Komm, komm du in mich Haaa Haaa Ja Hier, nimm, nimm, ich hab was für dich Was, was Eine Diabust Oh Und ich hab Schneebälle Oh, das ist nice Der, der, der ist da Oh, jetzt rennt er wieder weg Hä, was, da, oh, da ist Glas Ich hab's nicht gesehen Hi, Dieter Da war einfach Glas Guck mal, hier ist General Dieter Alter, den will ich nicht sehen, das Arschloch Lol, der hat ihn runtergeschubst Ja, jetzt ist unsere Chance Jetzt ist unsere Chance Ja, ich kann ihn auch runtergeschubst Ich hab, guck's dir an Oh Gott Oh Mann Oh, ich geh wieder zurück Ja, ich hab beide Hä, wo bist du denn? Hast du mit Eiern geworfen? Ja, ich hab zwei Leute mit Eiern runtergeworfen Da siehst du die Kills, Alter Wow Okay, komm Ich geh jetzt einfach da hin Oh mein Gott Oh mein Gott Nicht zu dem, nicht zu dem Der hat auch noch weg Juge Haaa Oh, ich helfe dir Oh ja, mir geht's gut Mir geht's Oh, Wombo-Kombo Und er ist tot Er hat sich geportet Was, echt? Ja Nice Oh Jawoll Ist das dumm, Alter Da rechts ist noch einer Na, komm, den holen wir uns Den holen wir uns Ah, hier sind Schneebälle Noch mehr Ja, aber jetzt wird da vorne Ist es ein Team? Ich denke Das ist ein Team noch Okidoki, das sind die letzten Leute The Last Survivors Guck mal auf den Boden Guck mal auf den Boden Ja Guck mal, guck mal hier Guck mal da auf den Boden Ah, ok, sie, sie Ne, ne, ich dachte schon Die, die kommen dann Hä, guck mal was die da unten machen Ja, die, die verschanzen sich Ja TNT Hast du Lava? Oder TNT? Ja, dann mach, 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 mach Mach hin Ja, ich, 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 ich Ja, ne, nein Feuerzeug Ich aber Scheiße Gebe ich dir das doch Solltest das doch einfach Bei 5, ok Oh, sie kommt Oh, laut Nein, ich hab's richtig Geh, renn, 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 renn Oh Gott Mach ich, mach ich, mach ich Oh Gott Nein Nein Oh Gott Alter, wie scheiße ich gespielt hab Da ist der Save Da ist der Save Oh, wow Alter, Alter Wie scheiße hab ich gespielt So kök hab ich So kök hab ich In den letzten 10 Jahren nicht gespielt Jawohl Lol Lol Ich war, ich war eigentlich tot Aber ich hab's aber überlebt Mit meinen Hexen Ha, 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 ha Ha, ha, ha Spring einmal bitte runter Nein Einmal kurz nur, nur kurz Ich hab gewonnen Ha, 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 ha Wir sind doch ein Team Ne Oh Mann Okay, ich guck mal Oh Zu spät Okay, Leute Noch eine Runde Noch eine Wahnsinnsfahrt Mit Paloten Oh, ich hab ein Schwert Ich hab ne Axt Du hast ne Axt Und ich nicht Ah doch Hier ist auch ne Axt Aber die nehm ich nicht Ja, geil Ich habe keine gute Waffe Oh, der hat schon alles geludet Ach, hat er Okay Ja, nicht alles Den töte ich dann direkt mal, ne Okay Oh, hier sind doch noch Lol, zwei Goldäpfel Hab ich auch Ernsthaft Auch zwei Wow Ich nehm direkt mal einen Würde ich dir auch empfehlen Okay Komm Scheiße Töt ihn, töt ihn Töt ihn Oh Fuck Oh, fuck Alter Bist du tot? Ja, er ist tot Alter Hat der viel ausgehalten Was war denn mit dem falsch? Wieder einer Alter Ist doch nicht Dann fucking ernst Ja, okay Hast du Lava? Stimmt Wär nice, ne? Lol Komm Komm Ah, shit Ich glaub, der hat nicht mehr viel Leben, der Typ Einer Ja, er ist tot Okay Der hat schon einen Goldapfel Und ganz viel Scheiße hatte der auch Ja, geil Oh, ne N-Perle Nice I want to verzauern, mein Schwart Ja, Schwart Mein Schwart Hm Hm, Schwart Ihre Brie, die sind Schwart Wo sind die denn? Hill Darf ich dir nicht sagen Ja, ich weiß Aber wo sind die denn? Hallo? Hallo Ah Ach, guck mal Der easy get wrecked King Bitte jetzt aber wegwacken Oh Nummer 1 Wie er genau da reingefallen ist Ja, Alter Alter, wie er fliegt Junge Ja, ich hab Mockback einschwert Ach so Ich wollte schon grad sagen, Alter German let's play, Alter Ja Ich hab auch gewonnen Oh, ich seh dich Du fliegst Hi Manu Der N-Perle hat mich aber sehr weit getragen Das war schön Hab ich dir Gott sei Dank Hab ich den Sieg nochmal hier klar gemacht Ja, das war nett Aber nice von mir Aber der hat richtig viel ausgehalten, der Typ, ne? Ja, vor allen Dingen hat er mich einfach zurückgeschlagen Und dann Ich lag hier Ach so, du bist dann runtergeplumpst Ja Ins Plumpsklo Von Skywars So, Leute Da sind wir schon wieder Da sind wir wieder Und bringen euch tolle Geschenke Was denn? Ähm Ein Puffy-Shirt? Oh, ja So ist das, Gare Hier, nimm Gib dir ein Schwert Ein Schwert Für dein Herz Danke Lass uns hier rüber zu gehen Ja, bau dich rüber Bau dich ruhig rüber Okay, mach ich Eins und zwei Wow Oh, die anderen Nee, da nicht Schau gut Schau gut Schau gut Ich baue mich ganz schnell rüber Weil Manuel hat das gesagt Und ich tue das, was Manu sagt Pass auf, pass auf, pass auf Was denn? Oh Gott Das sieht gefährlich aus Iwi, als wenn die was hätten Ja Lol Äh, was? Hä? Ja, nein Der eine ist einfach mal Rungejumpt Oh, der hätte Tränke Der hätte Tränke Ich baue mich zu den nächsten Leuten Gib dir was Denn Manuel hat gesagt, ich soll das tun Da, Sachen, nimm jetzt mal bitte Sonst kann ich da nicht lang Ich komme da nicht lang Ja, Manuel hat mir gesagt Ich soll mich rüber bauen Ja, dann komme ich jetzt nicht Ne, wenn du das jetzt nicht nimmst Dann komme ich nicht Manuel hat gesagt Ich soll mich rüber bauen Gut, dann gehe ich woanders hin Und ich mache das, was Manu sagt Nanananana Ich gehe jetzt zurück Ich gehe jetzt weg von dir Für Spaß Manu, ich bin tot Was? Haben die dich runtergekickt oder was? Mit einer Angel Oh, wärst du mal gekommen Ey, alles deine Schuld Ja, du hast gesagt, ich soll mich rüber bauen Ne, ich habe gesagt Komm her Nein, du hast deine erste Ne Weißt du Am Anfang hast du Halt Na Alter, der hat mich keinmal getroffen Hä? Womit hat er dich denn gekillt? Ne, der hat mich einfach runtergeschlagen Ach, ge Achso Der andere, weil er hatte irgendein Knockback 5000 Schwert Ja Oh, hier war TNT Ich habe sechs TNT Ach nee, ein Rückstoßding Stick Achso Ja, das könnte sein Anu paut sich rüber Und ich habe viel Spaß Obst Wie ich das denn geschafft, ey Das war schon Ich habe viel Spaß Denn ich habe viel Spaß Im Auto Ich habe viel Spaß Oh, nur das Auto Okay, ich bin da Also sechs Leute sind noch da It's the final time TNT benutzen wir auch schon Geiler, ne? Ja, ein bisschen TNT Da leben nur noch sechs Leute Sechs kleine Zwerge Und der Mann Hä? Jetzt ist hier keiner Was soll das? Ach nein Und hier ist alles leer Ich gehe jetzt einfach rüber Oh yeah Boah, ich dachte Das geht nicht Nein, natürlich Ey, was ist los hier? Ich dachte, du machst dir ein paar Looten Ne, ne Oh Das ist da Brennen ist natürlich nicht so geil Alter, wohin geht Hä? Achso, ich dachte schon Die Team alle Was? Ja Das ist ja nice Da ist jetzt ein richtiger Gang Fight 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 Du, 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 du Junge, du kannst Du kannst Der Winner des Jahres sein Ich kann eigentlich abräumen, ne? Ja, du kannst komplett abräumen Okay Hi, na? Ja, wenn der ein Ding uns hat Ein Goldapfel Dann habe ich keine Okay Ja 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 Ja, habe ich dir mal wieder gut geholfen, Manu Ja, war nett Kein Problem Also, habe ich gerne gemacht Stimmt, das war ja sogar die Map, wo du runtergejumped bist Zehnmal Ui, da gibt es zahlreiche Maps, wo ich runtergeprungen bin, also Wo du den Erfolg hast, dass du gerne runterspringst Ja, das ist eine Leidenschaft von mir Ja, verstehe ich auch Ja Ich habe Eier Ich habe Eier Herzlichen Glückwunsch Oh, danke Mein Fan Oh, da ist einer Alter Ah, ist noch Schutzzeit Ja Jetzt aber Ja Der hat auch einfach gar keine Rüstung, ey Äh, hier nimm mal Ich habe den Goldapfel hingeworfen Oh Gott Oh Gott, Alter Du hast mich gerettet Erlebt Erlebt Scheiße, du musst mich holen Ich habe gerade keine Blöcke parat Oh Gott Ja, warte, warte, warte Ich mache schon Bad Game Okay, weil ich hinterher springe Nice Ach Mann, ey Wie er jetzt, WTF, was hat der vor? Weiß ich nicht Ist irgendwie ein bisschen dull Im Kopf Der geht nämlich weg Komm mal her, renn weg Komm mal her, bitte Oh, oh, okay Hello Ja, nice, Alter Er baut die Blöcke ab Und, und Guckt da nicht mal, was passiert Hä? Das wäre ein komischer Typ Ja, das ist ein guter Freund von mir Achso Ich habe ein Dia-Schwert Ich kann endlich verzaubern Ja Hör bitte auf damit Geh da bitte weg Sie scheinen aber nichts zu haben Ich glaube, der eine hat sich jetzt eine Angel gecraftet Wollen wir hin? Reinspringen Ich mache menschliches Schutzschild, okay? Rind rein Drei, zwei, zwei, eins Menschliches Schutzschild Aktiviert Wow, Alter Ja, der ist kein Problem Hä, der andere, wo ist der? Da habe ich runtergeschlagen Nein, ich Nein Oh, er ist schon tot Nein, war nur Kuckuck Ach, Mann Aber ich habe Eier Ich werfe die hoch, die Eier Siehst du die noch? Bitte, sag ja Ja Ja, natürlich Ja, ja Oh, Mann, ey Das waren komische Worte Gut Dann würde ich mal sagen Bewertet den Part Guckt in die Videobeschreibung Da ist nämlich der Pal-Item Und dann sehen wir uns bald wieder Okay? Okay, dann nicht Tschüss Ja, ich finde sie Ja, ich finde sie